Musik Heyho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky Ja, wir sind ja auf dem mega extremen, überhitzten Superplaneten quasi Ja, ich hab keine Ahnung Ist der Sturm vorbei bitte? Ja, schon ein Prunk gespeichert Immer noch extrem die Hitze, oh man 87 Grad Durchschnitts-Separatur Wir hatten aber schon über 100, also es geht eigentlich sogar runter Trotzdem, heftig Ich will rüber zu den Fragezeichen Wie kommt man hier nochmal rein nach Soja? Zwei Tage nicht gespielt, schon wieder, komm dich raus aus dem Signal Okay, Signal Da darf ich nicht rein, ne? Doch, ja siehst du mal, Frachtabur Oh, faszinierende Perle, ja schön Na danke auch Mann So, äh, faszinierende Perle Oh Oh Achso, das ist der Atlasstein Wo ist die, ach, das ist die faszinierende Perle Äh, ist nicht ganz so wert So, sie müssen wir auch so wert So, müssen wir übertragen, bitte Äh, das darf ich auch nicht machen, ne? Noch eine faszinierende Perle, ja, natürlich So War man in der Base schon drin? Ich weiß es nicht Ich kann mal scannen Ich weiß nicht, wir waren in der Base, glaube ich, noch nicht drin, oder? Oder ehe ich mich da? Ich weiß nicht, ehe ich mich da? Ich glaube, das rum geht's rein, oder? Was höre ich da schon wieder? Plutonium, nice Kann man machen Das darf ich auch aufmachen? Ne, das ist okay Mach auf jetzt hier! Mensch Scheiß dich mal Ja, Temperatur stabilisiert sich Oh, ja, ja, ja Die müssten aber ein richtig gutes Klimasystem haben, wenn die hier klarkommen Was ist das hier? Oh, nice, ja gut Weil nichts ging So Haben wir wieder so einen Teil? Waren wir noch nicht, ne? Nein, waren wir nicht, okay Sehr schön Ein vor langer Zeit aus meinem Fernsystem gesendetes Signal erwartet meine Antwort Über einen leeren Über ein leeres Eingabefeld Es sind drei Zahlen zu sehen Ich denke Ich weiß Was als nächstes kommt Ja, ist ja auch nicht wirklich so schwer, oder? So Da kommt 2, 1, 7, 0 So Was hat mir das jetzt gemacht? Ich entdenke einen Ort in den fernen Sternen What? Krieg ich dafür jetzt? Ich bin gespannt, Leute Was ist das denn? Angucken Eine Ruine Uh, eine Ruine Wollen wir da mal zu Fuß hingehen? Mal über den Flammenplaneten quasi? Das könnte ganz witzig sein Ähm, habe ich irgendwie was, was irgendwie mein Gott, kann ich mal rüber zippen hier Was ist das denn hier? Suspensionsflüssig Ja, brauche ich das? Braucht man so suspensionsflüssig hier? Wozu braucht man das? Und was ich bei der Herstellung von Raumschiffen und Exo-Anzug-Technologien Kann ich da irgendwie was machen, was Irgendwie was? Äh, Technologie und so Irgendwie Kühlung oder so Aufsteuersteigerung Schildverstärkung Aufsteuersteigerung Täter Strahlungsflüssig Ey, jetzt warte mal Wenn ich hier schon das Täter-Zeugs habe Habe ich das vielleicht dann hier im Raumschiff? Warte, ich mach das mal wieder rüber Brauche ich schon die Kühlung Pulsantrieb Sigma Oh, nun schaden Sigma Was bringt mir das eigentlich? Ähm Bietet verbessere Manöverfähigkeit und längere Boosts bei Raumflügen Verbessert außerdem Zahlen im neuen Verbrauch in Okay, 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 okay Feuerradern Protonenkanone wieder erhöht Funktioniert automatisch nach dem Bau im Raumschiff Momentales Nutzer Okay Ich hätte aber gerne einen besseren Hyperantrieb oder wie das heißt Den besseren Hyperantrieb, ja Da hat er irgendwie verbessert, irgendwie Können Sie mal aufladen Ich habe keine überhaupt Zeit Okay, wir haben also auch keine Kühlung, deswegen Weiß nicht, ist es so schlau, dahin zu laufen? Ich meine, ich lese auch in den Kommentaren Also einmal Dass wir öfters mal Grüße an dich übrigens Dass wir mehr die Planeten erkunden sollen Also weniger im Raum rumfliegen, sondern mehr Was? Was? Komm ich denn raus? Hier komm ich raus? Ja, was tut's denn? Ich scanne übrigens letzte Zeit mehr, ne? Das haben wir auch viele geraten Ey, was ist das hier für ein Sound? Das ist das für ein Sturm? Technologie Kühlung Sigma Ach so, das ist auch für die Dings Mann, das ist auch für die verdrungen Kann auch nicht Brauchen mein Anzug Was? Ey Mensch Alter, was ist das hier? Sturm oder was? Storm Extreme Okay Wir müssen zum Raumschiff Wo ist unser Raumschiff? Was ist das denn? Titan Oh Oh fuck Alter Ja, was ist das für ein Sturm? Wir müssen rein Fuck 284 Grad Was? Boah Habt ihr das gesehen? Ja, aber 284 fucking Grad What? What? Scheiße Was ist das hier? Kann man damit irgendwie intern gehen oder so? Maaann Alter Schwede Mann Was war das denn? Okay Der Storm ist echt heftig, würde ich sagen Aber wir müssen zum Raumschiff, Leute So Oh fuck Deswegen ist es so laut hier 284 Grad, Leute Das hält unser Anzug nicht auf da aus Wo ist mein Raumschiff? Rein da wieder Aber hier wird ja alles gegrillt normalerweise, oder? Mann ist das hier ein Sturm Alter Schwede Boah Okay, wir steigen hier mal ein Oh, wir können noch ein bisschen rumlaufen Noch sind wir nicht tot Gibt es vielleicht irgendwas? Ich scanne mal Hier Ja, kommt Einmal wächst sich doch langsam Wenn der komische Sturm hier ist Ich weiß irgendwie logisch Okay, das war's Was ist das denn? Was ist das die Grüne denn? Oh, ich will wissen, was das Grüne ist Ich will wissen, was das Grüne ist Was ist das? Ich muss aber mal einsteigen, um das zu regenerieren hier Huh In meinem Raumschiff hat es wohlige 19 Grad Finde ich gut So Ich will wissen, was das Grüne ist, verdammt Was war das Grüne? Rufzeichen da Leute, ich will das wissen So, wir regenerieren hier nochmal Und dann gehen wir raus Wieder in den Sturm Alter, das ist so heftig Zersturm Das hatte ich noch nie auf dem Planeten Dass das so extrem war Alter Schwede Das ist heftig, heftig, heftig Ja, passt schon Alter Was ist das? Was ist das? Eisen? Was ist das Rufzeichen da? Was? Exotisch? What? Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Wir werden jetzt verbrennen Wir werden jetzt verbrennen Huh Boah, heftig Oh, da war was exotisches, Leute Was war das? Huh Ich habe, will haben, will haben, will haben, will haben, will haben, will haben Oh Ey, mir fällt gerade auf, dass meine Sprache, meine Voice-Dings viel zu hoch ist Warte mal Noch besser würde ich sagen, oder? So, gutes Mittelmaß Sorry, wenn es bis jetzt in meiner Stimme ein bisschen laut war Aber ich habe es echt nicht gesehen Sorry, Leute Judy, das biete So, habe ich mir aufgeladen Ich will das exotische Teil da haben Was ist das? Was ist das für ein Zeug? Ich haben will Boah, ist das laut Ich will es nicht Habe ich jetzt was bekommen? Was war das? Habe ich das jetzt zerstört? Hätte ich das aufsammeln sollen? Habe ich da jetzt was bekommen für? Oder weil mein Inventar hier voll war Fuck Wahrscheinlich, weil mein Inventar voll war Vielleicht, wenn mein Inventar voll war Nein Was war das für ein episches Teil? Okay, wir sollen doch mal umschauen Vielleicht finden wir irgendwo noch so ein Teil Da Okay, auf diesen Planeten gibt es episches Zeug Aber ist auch logisch Dass es hier ein bisschen heftigeres Zeugs gibt Weil es ist echt ein feindlicher Planet So, davor Das Zeug Das will ich haben Und diesmal will ich es richtig haben Bitte reagiert Jetzt ist der Sturm Und da zum Glück auch vorbei Finde ich gut Finde ich sehr, 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 sehr gut So. Nein, ich will nicht fliegen. Ich will per Fuß mal. Einen kleinen Fußmarsch machen. So, da passt. Wir wollen uns nicht übertreiben. Komm. Wir haben hier nicht lange, oder? Obwohl zumindest. Doch, schnell, Leute. Schnell, 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 schnell. Wir müssen das schaffen, bevor das Extreme da unten uns killt. Da unten. Was ist das denn? Okay. Ratnox. Ist hier vielleicht irgendwo eine Höhle, wo wir uns regenerieren können? Ne, ne? Scheiße. Was ist das denn für ein Zeug? Ich brauche eine fucking Höhle. Sonst muss ich nämlich schnell zurück. Ich packe das mal weiter drüben. Wenn ich nicht mehr zurücklaufen muss. Wir bräuchten echt eine gute Kühlung für unseren Anzug, verdammt. Allgemein mal mehr Inventarplätze für so ein Zeug. Aber was ist dieses Ratnox, oder wie das heißt? Warte, ich gucke mir das jetzt an. Was ist das? Mysteriöses und wertvolles chemische Ressource und so. What? Kostbares Element, sehr selten. Was ist das? Nicht ausrangieren, auf keinen Fall. Wir haben nur fünf Stück und das ist schon 1500 wert. Das ist 302 pro Ding wert. Was ist denn? Warte mal, ich will Vergleich haben. Was ist denn viel? Plutonium ist nur 20 wert. Was ist denn zum Beispiel Emeril wert? Ist das mehr wert als Emeril und so ein Zeug? Ich weiß es nicht. Aber wir werden erstmal ein bisschen weiter drüben parken. Wir scannen erstmal. Okay, hier können wir eigentlich schon landen. So, hier war doch das ganze Zeug. Warum hat er... Toll. Im Felsen gelandet, auch schön. Was ist das Zeug hier eigentlich? Ist das Eisen? Okay, kann man machen. Was ist das da? Also das macht die Schilde wieder ganz, ne? Was ist das da? Was ist das? Was sind das für Pflanzen? Flora. Schon wieder? Schweder Sturm. Was ist hier los? Ist das für ein Planet, bitte? Alter! 284 Grad schon wieder. Bringt uns die Blume, was? Ne. Schilde auf Maximum. Ja, Schilde bringen wir hier nix. Ich brauche Wärmeschutz hier. Wo ist mein Schild? Hier. Da steppelt sich gar nix. So, wir sind zwar im Stein, aber wir reden trotzdem. Was ist das für ein Planet, verdammt? Alter Schwede, das gibt's ja gar nicht. Oh Mann. Heißt der blöde Sturm eigentlich vorbei? Wir haben da gerade angefangen. Das ist natürlich dumm. Ah, das ist wirklich ein extremer Planet. Das bockt voll. So, lad, ich möchte lauter, können wir wieder ein Item holen gehen. Nice. Wo haben wir, haben wir überhaupt frei? Nein. Ach, Göttchen. Eridium. Die acht Stück braucht kein Schwein. Komm, R3. So, Dutz. Zink, Tartan, 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 will ich eigentlich behalten. Das will ich auch behalten. Das ist auch selten. Gibt's irgendwann, was keine Sauber... Könnt man einfach mal alles aufladen, ne? Hier drauf mit dem Plutonium hier. Das braucht Plutonium. Kann man auch reinballern. Gibt's hier irgendwann, was aufladbar ist? Alles voll, ne? Deck it. Okay, wir in den Tartan rein. Okay, ist voll. So, ist hier irgendwas? Ja, hier Lebenserhaltung. Braucht doch Tartan. Tartan. 100%, okay. Haben wir jetzt ein paar Plätze gewonnen? Vielleicht? Ne, haben wir. Okay, dann haben wir jetzt zwei Plätze frei für irgendein seltenes Zeugs. Okay, rausgehen wir wieder. Schöner extremer Sturm. Alter! Scannen schnell. Da oben. Zu dem Zeug müssen wir. Scheiße, es ist weit weg. Das ist verdammt weit weg. Es ist verdammt weit weg. Hier. Hier sind wir. Wo ist das wertvolle Zeugs? Oh, fuck. Alter. Wir müssen zurück, Leute. Scheiße, das geht sich nicht aus. Scheiße, wir werden verbrennen. Wo ist unser Schiff? Ach, da. Schnell, 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 schnell. Rein da. Ja, bin schon da. Mann. Da war nur Eisen, aber das hat doch angezeigt. Oh, Mann, dieser dumme Sturm, verdammt. Schon wieder. Ich hatte schon einen Sturm heute. Ach, Mann. Ich würde wirklich gerne wissen, was das für ein Teil ist. Wir müssen doch eigentlich mal wieder Zeug verkaufen oder mehr Plätze bekommen oder so. Wirkt übertragen. Bewegen und stapeln. Was bringt das? Das ist... Aber das ist auf jeden Fall sehr selten. Das ist das erste lila Item, was wir gefunden haben. Das kann man wirklich so kategorisieren. Gewöhnliches Zeug ist so kill. Dann das... Das seltene Zeug ist blau. Dann das grüne Zeug. Das hier zum Beispiel ist... Also zum Handeln. Das hellgrüne Zeug wie Emeril, Gold und so. Das ist wahrscheinlich super selten oder sehr selten. Und was ist das hier? Das ist sehr selten. Okay, was ist dann das andere Zeug? Ultra selten? Das ist seltene hier wahrscheinlich, ne? Das ist ja der kostbares Element dabei. Ich habe bis jetzt auch nur auf diesem Planeten nie gefunden. Soll ich immer noch stürmen? Äh, es ist immer noch stürmen. Ich glaube es nicht. Es scannt auch nicht richtig. Ja, stürm lässt sich auf. Es ist sehr gut. Wanderzeug da vorne. Äh, da war doch nicht da vorne, oder? Hä? Hast du mich überraschen? Ja, ich weiß, dass ich es extreme Temperatur da unten. Das war doch vorher woanders, oder? Wird ich dumm? Ja, stabilisier dich bitte. Was ist das denn? Das ist Eisen. Ich will aber das hier. Radnox. Einheitiges Zeug. Da unten. Das ist auch ein Schildzeug. Und da ist auch so ein komisches anderes Teil. Wir haben einen Schatz. Stabilisier dich. Ja, bitte. Stabilisier dich. Okay, wir müssen wieder ein Schiff. Wir müssen wieder ein Schiff. Mach halt einfach mehr rum hier weg. So. Das ist mir jetzt folgt zu sein mit dem Zeug. Gibt es hier nicht irgendwo eine Handelsplattform? Ich glaube, das sollen wir sogar hin, ne? Oh Gott, dann fliegen wir da mal hin. Aber Heridium. Heridium braucht man sogar, ne? So, fliegen wir mal zur Ruine. Mal wegkommen hier. Was ist das denn? Was ist das denn für ein heller Stein? Da will ich jetzt wissen. Was ist das? Also wenn das jetzt Emeril oder Gold oder so ist, ne? Dann. Dann. Aluminium. Aluminium ist ja auch so fucking viel wert. Bam. 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 Man kriegt nicht so schnell Zeug, wie wenn man... Aber außen ist das so schön. Also man bekommt nicht so schnell Zeug, wie wenn man im Weltraum was abbaut. Im Weltraum ist man wesentlich schneller. Dann werden wir das hier auch lassen, würde ich sagen. Was wäre denn da schon wieder? Ist der RTL hier irgendwo? Was sag ich mit dem Stein hier? Danke auch. Aluminium. Was? Ich will mich verarschen. Ach gut, dann weg damit hier. Weg damit. Dann kann auch weg. Das kriegt man so oft. Was ist das? Kupfer. Alter, dieser Planet. Was ist das hier? Eisen. Alter, dieser Planet. Der hyped. Das ist ja heftiger als Mustafa. Wenn eben noch Lavaströme oder so wären, ne? Dann wäre das echt ein Mustafa. Und die Startschubdüse hier. Was ist das dein Ernst? Was ist das dein Ernst? Das ist dein fucking Ernst! Ich brauche ein Plutonium, Leute. Sonst wird dort nix. Kohlenstoff bringt mir nix. Ich brauche fucking Plutonium, Leute. Feiße! Nein! Nein! Wie scann ich? Kann ich den irgendwie? Hi, mein kleiner Drache! Hi! Wie scann ich? Nein! Das war nicht der Scanner! Nein! Nein! Dann wäre der Sturm! Ich wollte den nicht töten, Leute! Ich wollte es nicht! Nein! Rayon, der Mörder! Nein! Womit habe ich den überhaupt gefüttert? Da rätst du mir nicht mehr noch so wertvollen Zeugen, oder? Bitte! Ne, okay, haben wir noch. Puh! Aber Leute, wo kriegen wir jetzt Plutonium her? Verdammt! Der extreme Sturm hier! Aber Leute, ich würde sagen, Sie werden mich in der nächsten Folge herausfinden, wie wir in diesem Planeten wieder wegkommen. Hier war Plutonium, verdammt! Ich weiß nicht, ich habe noch nie Plutonium auf dem Planeten hier gesehen. Ich hoffe, das gibt es hier überhaupt. Ansonsten sind wir aufgeschmissen. Was macht man dann? Ich habe mir viel von Tipps in die Kommentare. Aber Leute, ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Ich werde den Sturm hier noch abwarten, und dann geht es weiter. Rayon sagt tschau, macht's gut, und bis zum nächsten Mal, Leute!